Hallo zusammen, ich bin Bösser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization Sexgathering Storm Frontier Pass als Großkolumbien mit Simon Bolivar. Es sind schreckliche Dinge passiert seit der letzten Folge. Martin hat seine tiefe Verbindung zu mir verloren. Ich habe gedacht 2020 kann nicht schlimmer werden nach Corona und übermäßiger Polizeigewalt, aber voilà, da haben wir es. Kali spekuliert über mein Privatleben. It's a shit show. It's an absolute shit show. Und wir haben mit drei Leuten Krieg, obwohl ich nichts dafür kann, weil sie die ganze dünnliche militärischen Notfälle fabrizieren. Wahrscheinlich behaupten sie auch noch hier an Massenvernichtungswaffen. Ich habe nur Armbrustschützen, okay? Wollten wir, wir können keinen Frieden machen. Ich wollte eigentlich mit ihm Frieden machen, aber er will nicht, oder? Er will wahrscheinlich nicht, because he's a little bitch, that's why. Machen wir jetzt trotzdem einen Pivot hier? Das wird alles ein bisschen unangegeben. Zeigen wir eure Militärischen Stärke. Okay, ihr seid jetzt Efenosch, Militärische Stärke mäßig. Amy kommt nicht wirklich rüber. Vielleicht wische ich ihn doch noch auf, bevor ich das mache. Aber jetzt bin ich schon raufgelaufen, gell? Ah no. Mann, da kann ich wirklich was machen. Allerdings müsste ich hier wahrscheinlich einen Armbrustschützen rumstehen haben. Ähm, das ist nicht mal eine Stadtmauer. Habe ich hier nur einen, habe ich einen, ich habe nicht wirklich viele Armbrustschützen. Nein, ey, ey, ey. Die habe ich nicht geredet. Eins. Ja. Mit fünf Armbrustschützen. Wo ist der fünfte? Eins, zwei, drei. Ey. Ey. Haben wir einen Deserteur? Oh. Servus. Ah, da ist das Bobanlage fertig gemacht. Okay, das heißt, du stehst weiterhin hier blöd rum. Okay, fein. Das heißt, du verteidigst das und wir gehen einfach nur mit drei Armbrustschützen angreifen. Zwei davon sind allerdings doppelt Schuss. Ich glaube, das machen wir. Aber die haben alle Mauer. Fucking. Sag mal, wieso ist deine Mauer angeschlagen? Fucking Ungarn, hey. Wieso hat der Mauern? Ich glaube, wir bauen Steigbügel, oder? Ich würde gerne Ritter machen. Habe ich genug Eisen? Ich habe zehn Eisen. Also nein. Ähm. Ich könnte einen Streitwagen bauen. Okay, dann. Warte mal, wie schnell baust du mir einen Streitwagen? What the fuck? Wie schnell baust du mir einen Streitwagen? Vier Rinden. Ich meine, er wäre ja trotzdem fertig. Oder wenn er nicht genug Eisen haben, um einen Ritter tatsächlich zu bauen. Das heißt, ähm. Wir machen das schnell. Ich will ihn nur haben für die Startstärke. Den Räder. Wobei. Stimmt, wir könnten ihn auch zum Schwertkämpfer machen. Aber Ritter sind nochmal besser. Ähm. Ich meine, irgendwen von euch könnte ich dann nochmal... Könnte ich dann nochmal verbrauchen, oder? Ich meine, ist das auch Fernkampfstärke? Oder ist das nur Nahkampfstärke? Es ist, wenn ich ihm... Sieben Kampfstärke. It doesn't say. Ist es zu beiden? Weil ich meine, wenn einer von den Doppelschüsse Ambustschützen jetzt nochmal bis sieben Kampfstärke drauf bekommt. That'd be pretty dope. Right? Ich glaube, wir probieren das aus. Weil wir haben hier einen. Und wir haben hier einen. Also wir haben genug. Was war deine, ähm. Na, das ist eigentlich am besten. Ich hoffe nur, es ist nicht nur Nahkampfstärke. In dem Fall bringt es wenigstens bei der Verteidigung ein bisschen was, I guess. Aber probieren wir es aus. Hä? Nothing happened. Genau so viel Kampfstärke wie vorher. Und zwar in beiden. Okay. That didn't work. I guess. Oder vielleicht verteidige ich doch hier noch. Nein, es ist genau... Es ist genau nichts passiert. Okay. I see. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da hätte ich keine Straße eigentlich. Kommen wir mal hier hin. Das ist schon eine Mauer. Ich glaube, wir machen noch zuerst das da unten fertig. Ich glaube, ich habe mich gerade anders entschieden. Wegen den Mauern nämlich. Die Mauern da oben sind schon grauslich. Das ist das zu sich, Mann. Das ist das Handelszentrum abgeschlossen. Du könntest viel schöne Dinge bauen. Ich baue mal einen Markt. Wobei, ich sollte auch die ganzen Händler mal bauen. Ich baue trotzdem zuerst in den Markt. Wie viel Eisen haben wir? Zwölf. Ja, das geht sich aus, oder? Wir machen da oben dann einfach einen Ritter. Aus dem schweren Streitwagen. Jetzt können wir... Ey, 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 ey. Warte, warte, warte. Bitte. Ey, wir haben die Pyramiden gebaut. Look at this go. Amazing. Ist da eine Tür oder so, Bullshit, oder wieso? Was ist mit dir los? Sterb. Ja, ich habe gesagt, stirb, nicht, stirb fast. Huch zu. Ähm, was ist hier? Okay, das hier. Einmal. Zweimal. Wir müssen leider alle noch heilen. Äh, du nervst, okay? Du nervst. Falschigen Willen, du machst immer noch, ja, sehr schön, sehr schön, well done. Okay, wir haben die Steigbügel fertig. Ich war, glaube ich, kein so großes Problem von Massen-Dingsbumsi-Produktion. Wir könnten Richtung Industrialisierung allerdings. Oder wir gehen jetzt, wir gehen jetzt nur straks Richtung Ballistik. Who am I kidding? Das Handelszentrum reparieren. Ich meine, kann ich schon ein Seer jetzt kaufen? Oh, ich kann ein Seer kaufen, damit wir uns mal anschauen können, was die machen können, nicht? Let's go! Hey! Ähm. Ähm. Nee, nur da unten wollte ich eigentlich Kolosseum plus... Plus, ähm, Unterhaltungszentrum bauen. Ich weiß nicht, bei dir war's besser, oder? Aber du kannst gerade nicht, weil ich schon zu viele... Ja. Du hast zu viele... Ja, ich glaube, wir müssen es da machen. Zu viele Bezirke. Total. Und das heißt, ich hau jetzt mal kurz die... Aber da hätte ich jetzt auch wirklich gerne Handelswege eigentlich. Aber das können wir ja von hier aus machen. Ich will die Handelswege von hier aus starten, damit er die Prod bekommt. Aber wir können ja eigentlich einen nach Guja-Kiel schicken. Und dann sollte er da oben durchgehen. Damit ich ja mal Straßen bekomme. Zwecksmobilität. Nächste Runde. Greifst du mich jetzt an? Okay, dann gehst du da weg. Cool. Das finde ich löblich. Einmal zweimal. Ähm. Du bist dann mal da fertig. Du kommst hier hin. Du gehst hier hin. Und heiß dich ja mal. Du brauchst ewig, bis du heißt. Produktion Whalen. Das ist Aquäduk da abgeschlossen. Wir könnten Markt. Wir könnten Händler. Wir bauen jetzt mal die Händler. Es reicht. Schluss mit Lustisch. Ähm. Kulisium ist weg. Kulisium ist weg. In dem Fall würde ich lieber das Unterhaltungszentrum da bauen, I guess. Sehe ich, wo es ist? Nein. Aber es muss weg sein, oder? Sonst würde es mir sehr anbieten. Großes Bad, Stonehenge. Großes Bad. Ist das so viel früher gebaut worden? Aber es muss ja weg sein. Ich würde trotzdem ein Unterhaltungskompetenz. Da würde ich nämlich hier hin bauen, weil 1, 2, 3, 4, 5, weil ich 6 Felder dann bis hier unten greife. Und ansonsten würde ich es natürlich hier hin bauen und das Kulisium dahin. Aber ich meine, es muss heißen, dass es weg ist. So, okay. Still. So ein bisschen teuer. Alles hier hin. Und du gehst nach Guilla-Dingsi. Auch wenn das wahrscheinlich weniger Brot bringt, ha? Nein, immerhin 2. Ich meine, das ist nicht perfekt. Ich hätte den... Ich hätte es eigentlich lieber hier. Nein, geh nach Pest. Was bringt dir? Per Pest bringt dir ein bisschen mehr Nahrung. Wir machen das so. Und ich glaube, du gehst... Ah, das wäre nicht schlecht. Ich meine, das wäre auch nicht schlecht. Die Straße bis da unten mal hinkriegen könnten. Ja, gehst du nach Guilla-Dingsi, Bumsi? Bringt dir halt wieder wenig. Was ist mit P? Das bringt mir. Okay, wir gehen da hin. Ich glaube, das macht Sinn. In einer Runde haben wir das fertig. Sehr gut. Wir können noch keinen Ritter bauen. Das heißt, der wird auch sicher fertig. Was kannst du machen? Katastrophe. Muss aber irgendwie sein, dass von einer... Warte. Also, Wald... Waldbrände bringen was? Fürs Düngen? Oder so? Und wie oft kannst du das machen? Das sind zwei Ladungen. Okay. Also nicht besonders oft, IC. Ähm... Okay, 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 okay. Reparieren wir mal den depperten Markt noch. Das ist das Handelszentrum abgeschlossen. Sehr löblich. Ähm... Bau auch den Markt. Und daneben müssen wir mal Campusse bauen. Ähm... Die... Die Polin da. Ist nämlich... Ist richtig geschwind unterwegs, muss man sagen. Gute Dame. Äh, du brauchst möglicherweise mal eine Stadtmauer. To be honest. Ähm... Ich glaube nicht, dass ich überhaupt da rüber gehen muss mit dir. Ein Ritter hat er. Okay, die tun sich alle hier ein bisschen fighten. Sollen wir recht sein. Wir werden Handelsrepublik. Wunderbar. Kriegen dafür zwei Zeitalterpunkte. Ja, Berufshamil würde ich dabei gerne... Warte mal, hier haben wir auch schon. Na. Ich habe jetzt nie Limes gebaut. Will ich jetzt den Limes reinhauen? Äh, ich glaube, das müssen wir irgendwann reinhauen. Wenn ich mich richtig erinnere. It might not be the case. Wir könnten die plus zwei Gold uns holen. Ich glaube, das macht was da meistens immer. Weil wir sind dann gerade mal auf vier momentan. Plus sechs, ein bisschen später. Wie sieht man kontinentmäßig aus? Ich nehme mal an, wir sind alle am gleichen Kontinent, right? Ich nehme mal an, wir sind alle am gleichen Kontinent. Dabei. Das heißt, das bringt mir nix. Also. Hauen wir das rein und die plus zwei Gold, I guess. Und Hafenbezirk-Gebäude. That's actually also interesting. Aber ich glaube, wir machen das hier. Weil wir da jetzt eine Stadtmauer bauen. Okay, du bist fertig. Können wir dich upgraden? Nächste Runde, oder? Ja, nächste Runde können wir dich upgraden. I like it. Nochmal mehr Stadtstärke, which is gonna be great. Du weißt, du weißt, du mal hin. Die Seherin kommt da wieder nerven. Alrighty. Wir können mal da freundlich drauf schießen. Du kommst da hin. Oh. Gern ich das schon? Ich glaube nicht. Äh, kannst du bitte darauf schießen. Und passierbarers Naturwunder über drei Geld Händefender. Gewerbt plus drei Gold und plus zwei Kultur für eingrenzende Felder. Großer Nachbarschaftsbonus für Theaterplatz und Handelszentrum Bezirke. Interesting. Ah, du stehst da ein bisschen schlecht. Können wir den morden? Nein, dann stehst du noch schlechter, als ich vorher dachte. Okay. We just go here for now. Ich will den nicht verlieren. Okay. Weil du da ja eigentlich eh beschäftigt bist. Aber ich weiß nicht. Das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Wie ist sie zu heikel? Äh, ich glaube, als nächstes in Richtung Geschichtshofzeichnung. Radenleuchtturm. Du hast die Stabmohren abgeschlossen. Jetzt keiner, cool. Ähm. Kannst keinen Händler bauen. So geduckt. Na. Noch ein Handwerker dabei. Du liegst noch so brach. I don't really know. Soll ich da Wälder anzünden? Kann ich mit dir Wälder anzünden? Wurde ja behauptet. Ah, da wurde ein Wald angezündet. Okay, cool. Aber das ist ja eh gut für mich, oder? Oder nicht? Ähm. Ich will nichts ändern, da weil, dankeschön. So, jetzt kriegen wir unsere Stadtstärke. And I like this a lot. Das gefällt mir weniger. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Was hast du für vier? Bis dahin kommst du nicht. Und ich kann, glaube ich, nächste Runde dann, da. Warte mal, was hast du? Hast du fünf? Aber ich glaube, du kommst trotzdem nicht daher. Können wir kurz, please. Fünf Fortbewegungen. Zweiter. Na. Du kommst nicht bis dahin. So, let's fein. Du haust hier unten mal drauf. Du kommst vielleicht auch schon mal in die generelle Richtung, weil es wird langsam ein bisschen heißer. Du stirbst. Okay. Ich glaube, als nächstes wollte ich bei dir den Campus bauen, eigentlich. Haben wir einen... Oh, ich brauche noch einen Händler. Du hast den Handwerk abgeschlossen. Ist auch noch einen Händler bauen. Will die mich schon wieder alles wegplündern, die Säge. Ähm, das wäre ein geiler Campus. Holy Scheit. Dann könnte ich mich hier eigentlich ein Handelszentrum bauen. Aber ich glaube, ich würde einfach diesen Campus bauen, actually. Ein plus vier Campus? Er damit. Ähm, du läufst doch halt da. Na, jetzt haben wir 43... 43 Kampfstärke in den Städten. Da trauen sie sich nicht mehr. Äh, ich hätte vielleicht gerne die 100% Nachbarschafts... Nein, 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 wo ist das denn? Für... Campus-Bezirke statt in plus zwei Gold. Eh, kein so großes Gold-Problem. Äh, das sind Ritter. I don't like this at all. Das ist... Stupid. Ich meine, er stirbt. Okay, ich glaube, wir tauschen. Du gehst da hin. Du kommst noch hier unterstützen. Und wir gehen in irgendeine bestimmte Richtung, wie zum Beispiel Aufklärung. Große Persönlichkeit! Yay! Wir haben einen großen... Oh, baut... Uhu! Warte mal. Will ich das gleich verwenden für die Uni hier? Oder will ich es aufsparen? Ich glaube, fast ich will es gleich verwenden für die Uni hier. Könnte ich in Bogota dann irgendwas anderes bauen? Ich meine, die Werkstatt. Ein Händler. Ich kann... All kinds of good shit. Ja, baue die Werkstatt. Und wir hauen das gleiche hin. Dann kriege ich auch gleich die... Ich meine, ich verschwende damit die Uni. Aber... Nein, nicht die Uni. Die Bibliothek. Ich könnte es da hin hauen, natürlich. Das ist actually better, probably. Wieviel kostet mich eine Uni? 1000. Da wird es gerade perfekt reinpassen. Wobei, das geht ja die ganze Kaputt hier nicht. Das ist die andere Frage. Weil der blöde Vulkan in einer Tour ausbrechen wird. Der Sack. Ähm. Ich glaube, wir machen es hier. Ich glaube, er like es. Ähm... Ich hätte auch noch gerne die Plus-1-Kultur. Ich meine, wir könnten da natürlich was killen. Aber dann stirbst du wahrscheinlich im Gegenzug, was kein Trade ist, der mir gefällt. Ähm... Okay, ich probiere jetzt mal aus, ob wir das anzünden können oder nicht. Wie schaust du? Du bist immer noch angezunden. Kann ich dich in dir auszünden? Apparently not. Hey, wer hat das da kaputt gemacht? Ne, das finde ich weniger gefährlich. Aber vielleicht ist es eine Fehlerentschätzung. Äh, beziehungsweise sind da jetzt zwei Handwerker drin. Ah, das this makes sense. Cheebus. Ähm, okay, geh da hin. Da haben wir auch einen. Ich bin schon wieder zu viel Handwerker. Du gehst hier hin, wo ist der Tee? Wolltest du eigentlich nur einen Tee haben von mir? Habe ich dir schon Tee verscherbelt? Du hast selber alles, ist das Problem. Das macht dich eher unsympathisch, muss ich sagen. Wirst du überhaupt fertig? Bist du mir ein bisschen einen Ekel? Ohne dich beleidigen zu wollen. Okay, da oben sind sie schon wieder deppert. Du hast die Beförderung nicht bekommen. Excuse me. Du hast eine Beförderung bekommen, das weiß ich noch. Ein oder anderes? Nein. Einmal, zweimal. Drum kommst du mal hierhin heilen. Du gehst schon nochmal in die generelle Richtung. Wir schießen hier freudig drauf. Could do this. Could be dangerous. Okay, not too bad. Wir schießen hier drauf. Boah, du bist einmal in die Richtung. Wenn du dich klauen willst, soll er. Du hast den Händler abgeschlossen. Du kannst jetzt auch mehr Händler machen. Mal im Markt. Ist die Straße jetzt nicht zustande gekommen? Okay, du machst mal die Straße nach Guia Dings, Bumsi. Und ich hoffe, du bist nicht sofort geplündert schon wieder. Von den welchen barbarischen Gegnern, die die Sicherheit von Zivilisten nicht respektieren. Und damit eindeutig die Bösen sind. Du bleibst hier. Du bleibst... Nein, du bleibst nicht hier. Du gehst hier hin. Und wir haben 20 Minuten gespielt. Ich hoffe, wenn mir das so Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, dann like, dann abonniert den Channel. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba. Bye.